Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Desaster Area zu einer weiteren Folge No Man's Sky und heute habe ich echt viel zu bereden, denn wie ihr sehen könnt, die Folge ist tatsächlich gelabelt als letzte Folge was nicht so ganz stimmt, aber dazu kommen wir später, ich versuche ein wenig No Man's Sky zu spielen während ich mit euch über die Zukunft des Let's Plays rede, denn darum geht es und ja, ich weiß aber nicht, ob ich dem nachkommen kann, denn ja, über sowas, also so ernsthaft zu bleiben und daneben bei noch zu spielen, das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört weil es sind jetzt wirklich zwei komplett verschiedene Dinge, auf die ich mich konzentrieren muss und da weiß ich nicht, ob ich dazu fähig bin so, wir haben ja in der letzten, vor ein paar Folgen, habe ich ja mal so meine Meinung breit getreten und mal so ein bisschen erzählt, was ich so von No Man's Sky halte was ich davon halte, wie das von der Veröffentlichung, wie das gehandelt worden ist wie die Community das aufgefasst hat, all diesen Kram und darüber sind mir dann auch wieder ein paar Sachen klar geworden und ja, die will ich heute mit euch bereden ich hatte jetzt ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, ich habe meine Nacht darüber geschlafen und so und ja, mit Retrospektive, was mir aufgefallen ist die letzten Folgen haben wir nicht großartig was gemacht also wie ihr vielleicht wisst, anfangs hatte ich noch gesagt von wegen, ich möchte das Let's Play extra schwer aufstellen nur es hat sich dann ziemlich herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht möglich ist weil No Man's Sky schlichtweg einfach kein schweres Spiel ist also für ein Survival-Spiel ist der Survival-Einteil erschreckend gering es ist zwar nicht so, als dass man überhaupt nicht sterben kann aber es ist doch sehr selten und abgesehen von den Raumkämpfen, wo man am Anfang halt ein bisschen schwach ist was auch fraglich ist, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Idiot das kann natürlich auch sein ähm, ja, also man muss sich schon echt dämlich anstellen, um überhaupt zu sterben deswegen ist das alles nicht so in die Richtung gegangen, wie ich wollte ich bin natürlich immer noch ins Zentrum aber wie sich herausgestellt hat, ist das einfach noch irre weit weg und ich weiß halt nicht, ob ich das Let's Play deswegen zu Ende führen will denn bisher lief das immer so ab ich fliege auf einem neuen Planeten äh, wuse da ein bisschen rum versuche die Spezien alle zu finden gebe dann irgendwann nach 5 Folgen des nicht erfolgreichseins auf und dann geht das auf den nächsten dann warpen wir ein bisschen wir kaufen ein paar Sachen und das Ganze wiederholt sich einfach immer und immer wieder das ist einer der größten Kritikpunkte und ich habe das sogar noch so ein bisschen verteidigt als Erkundungsspiel, wo ich auch zu stehe aber für Netzplay ist das halt einfach nicht so geil weil es passiert eigentlich wir machen eigentlich großartig, nicht großartig was anderes wir machen, es gibt auch sehr, sehr viel Wiederholung und eigentlich machen wir immer das Gleiche und ich weiß halt nicht wenn es jetzt wirklich, wenn ich jetzt absehen könnte okay, das wird jetzt so keine Ahnung selbst wenn wir sagen könnten okay, es gibt 100 Folgen und dann sind wir komplett durch äh, wenn es halt einfach ein absehbares Ende gäbe dann würde ich sagen ich ziehe mir das einfach durch und fertig das haben wir aber nicht ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde ich habe nicht meinen Anhaltspunkt einzigen Anhaltspunkt, den ich habe sind die Licht ist die Anzahl an Lichtjahren die noch bis zum Zentrum fehlen und die ist einfach nur im Wasser des Wortes astronomisch hoch und ich kann überhaupt nicht einschätzen wie lange ich dafür brauchen werde um diese Distanz zurückzulegen so das hat ich habe halt keine Lust dass es hier irgendwie 200, 300 Folgen werden und ich mache eigentlich immer nur das Gleiche denn ich finde das findet ihr nicht geil und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht geil ich könnte das zwar so runterrasseln aber was bleibt uns dann davon das ist die große Frage so und deswegen habe ich mich dazu entschieden ich habe ja darüber geredet dass ähm Hello Games ja auch so eine ähm über die Patches geredet hat über die DLC und so man es ist jetzt leider nicht absehbar wann es kommen wird ob es kostenpflichtig sein wird und so wie groß die Patches sein werden wir wissen es nicht genau aber sie haben fest versprochen dass es kommen wird es ist fraglich denn das Spiel ist ja ich weiß nicht äh kommerziell kann es sein dass es doch noch ein Erfolg war aber gerade was die Kritiker sagen er hat es nicht so geil abgeschnitten ne sind wir mal ehrlich und ähm ja deswegen ist fraglich ob überhaupt noch was kommen wird äh jedenfalls habe ich nichts mehr darüber gehört wann die Patches kommen wird ob die Patches überhaupt kommen werden ob es was kosten wird keine Ahnung aber ich gehe einfach mal davon aus dass man irgendwann davon darüber was hören wird und deswegen würde ich sagen äh am klug am schlauesten wäre es echt wenn wir sagen wir lassen das Let's Play erstmal so stehen wie es ist dann ist das hier wirklich die letzte Episode wie das da auch hier jetzt so steht und ähm wenn dann aber die Patches kommen oder die DLC äh dann schwingen und die sind wirklich fett und da kommen echte Neuerungen in spätige Sache interessanter machen was weiß ich neuer Schwierigkeitsgrad Basisbau was weiß ich was die alles versprochen hatten äh dann können wir immer noch sagen okay wir kehren wir kehren zu dem Let's Play zurück und führen das da genau da weiter wo wir hier aufgehört haben und versuchen immer noch in das Zentrum der Galaxie zu kommen denn mir tut mir macht das echt Bauschmerzen ich habe lange darüber nachgedacht weil ich echt keinen Bock habe äh so wie andere Let's Player ein Projekt anzufangen und nicht zu Ende zu bringen ich habe das total gehasst ja ich ich bin jetzt nicht so der derma ich gucke jetzt nicht so dermaßen viele Let's Plays aber ich habe halt natürlich auch so meine Favorites und gucke mir auch ein paar Leute gerne an besonders zu spielen die ich halt nicht kenne um sie mal so auszuchecken und ähm jetzt habe ich den Faden verloren der Typ hat mich jetzt abgelenkt äh wo war ich stehen geblieben ähm ähm ich gucke mir jetzt erst an was er hier zu sagen hat sonst kann ich mich nicht konzentrieren genau das meinte ich am Anfang mit dem mit dem Reden und gleichzeitig spielen so auf beides aufwechseln kann ich bin sowieso Multitasking absolut eine Niete ist eigentlich ein Wunder dass ich überhaupt Let's Plays mache eigentlich ist das so aber ja ich weiß nicht manchmal kann ich das gut und manchmal kann ich das nicht gut aber generell zum Multitasking bin ich nicht so geil drin muss ich ehrlich zugeben ähm so Slug auf war zu Füßen des Kriegers zeigt eindeutige Spuren einer Manipulation oha genau genommen wurde ein Sprengsatz an den Scharnieren ach du scheiße die Lebensform bemerkte meinen geschockten Gesichtsausdruck und kläfft belustig die Bombe taucht braucht Treibstoff für die Zündung die wahrscheinlich das Fach aufspringen würde und dadurch versucht der Krieger zu erklären was als nächstes passieren sollte ich könnte so ein Isotub geben ich hab aber keins deswegen melden wir den einfach vom Oberkommando der Krieger spielt sich seitlich sofort eine Rückmeldung und eine Belohnung jawoll cool eine die wir sogar noch nicht haben so jetzt können wir mal ein paar Sachen verkaufen in der Zwischenzeit versuche ich mal den Faden wieder zu finden äh ja jedenfalls Patches da waren wir stehen geblieben da so ungefähr wenn jetzt nochmal wirklich da äh ich mag das halt überhaupt nicht wenn äh Let's Plays einfach angefangen werden und einfach stillgelegt werden so gerade wenn man einfach nicht darüber spricht es gibt natürlich also viele machen das die klar die erklären äh was Sache ist und warum sie dieses Let's Plays nicht weiterführen können wollen was auch immer und ähm es gibt aber auch solche Fälle das hab ich schon erlebt äh wo dann einfach so von jetzt auf gleich nichts mehr kommt oder das von Anfang an das ganze sehr sporadisch war und äh irgendwann wurde es dann komplett eingestellt ohne großartig zu erklären warum so mal nebenbei gucken ob die hier Crosonid haben ne haben die nicht natürlich nicht so und deswegen hab ich da lang überlegt ob ich das so machen soll aber ich denke mir echt wenn ich das offen halte und wenn ich sage die wenn die Patches kommen die jetzt hier was auch immer und das wird richtig geil äh dann haben wir immer noch unser Ziel und ähm dann ist das Let's Play auch nicht tot das geht dann tatsächlich weiter wie gesagt ich weiß nicht was mit den Patches ist was daraus wird wann die kommen keine Ahnung also es kann sein dass wir nie wieder hier von No Man's Sky hören werden aber es kann auch sein dass die Patches richtig richtig fett sind und äh sich das dann nochmal richtig lohnt so in dem eigenartigen Fall dass man sich doch entscheidet äh das ganze kostenpflichtig zu machen was ich nicht hoffe weil das wäre echt scheiße von denen äh dann ist das nochmal etwas spezieller es kommt dann wirklich drauf an was die bieten wenn jetzt wirklich äh was was fettes bieten zu einem fairen Preis dann würde ich tatsächlich sagen ähm das würde ich machen aber aus Sicht des Let's Players privat würde ich das wahrscheinlich nicht tun weil fände ich nicht okay wenn er jetzt Halo Games so extra noch vorher angekündigt hätte und dann auch noch so viel bei der Veröffentlichung fehlte dass sie dann da hingehen und sagen ne wir machen es jetzt doch kostenpflichtig und dann sind die Preise auch noch richtig gesalzen das wäre dann noch der Oberhammer dann ist also dann ist vorbei ne also so viel Toleranz kann ich dann auch nicht mal aufbringen und ähm äh wenn die jetzt aber was was wirklich geiles bringen was wirklich nur wenn es gerne mal richtig aufwertet und der Preis dann fair ist dann würde ich tatsächlich sagen als Let's Player wäre das eine Investition die ich eingehen würde einfach um euch zu zeigen was in dem DLC so abgeht was neu ist was sich so getan hat und damit ihr auch sehen könnt ob sich das für euch lohnt da nochmal Geld rein zu investieren so jetzt muss ich gerade lesen was hier abgeht als Hirk auf dem heiligen Berg stand kletterte Nahl auf den Gipfel und forderte Hirk mit ausgestreckter Faust heraus nahe schrie Nahl die Wächter können nicht bezwungen werden Hirk schleuderte den Narren mit rasender Wut von dem Berg oh der hat aber kurz einen Prozess gemacht mit dem drei Monate und Sonnenlang stürzte Nahl bis er sein Ende fand ach du scheiße das war ein sehr äh ein sehr hoher Berg drei Monate und Sonnen äh drei Tage drei Tage nur fallen also keine Ahnung war der irgendwie der Berg irgendwo in der Atmosphäre das war wahrscheinlich gar kein Berg das war irgendein Asteroid oder so oder es war eine sehr niedrige Gravitation so dass da so ein Zeitlupe gefallen ist nur dann hätte er wahrscheinlich überlebt und das hätte dann keinen Sinn gemacht aber egal ich bin eigentlich nicht hier um über No Man's Sky direkt zu philosophieren sondern über das Let's Play No Man's Sky ne so es ist natürlich auch immer die Frage ähm und deswegen verteidige ich No Man's Sky auch immer noch ne nicht wirklich ich will jetzt nicht sagen das ist das geilste Spiel ich weiß gar nicht was ihr alle habt äh ich hab natürlich auch meine Bedenken ansonsten wenn ich es so geil fände hätte ich jetzt auch nicht gesagt ich mit dem lasse ich da lege ich das Let's Play erstmal in die Kühltruhe und verwahr es da auf bis es vielleicht nochmal richtig heiß wird ne es ist natürlich es ist da immer eine Frage was das Spiel kann und was der Entwickler kann denn wir wissen ja äh hinter dem Entwickler so ein Konami oder so hat das ja äh bestens bewiesen äh das ist ein Riesenkonzern der dahinter steckt und dieser Konzern will ja eigentlich nur eins nämlich unser Geld verdienen unser Geld uns aus der Tasche ziehen in manchen Fällen Electronic Arts ich hab nichts gesagt so aber natürlich geht hat jedes dieser Unternehmen auch die verschiedenen ähm die verschiedenen äh Entwickler und das ist natürlich auch immer noch der Unterschied zwischen Publisher und Entwickler und wenn der Publisher ordentlich Druck macht dann kommt der Entwickler schon mal zu kurz das war ähm Paradebeispiel sind so Sachen wie äh Sonic 06 was ja in einem absoluten Glitch fest endete und das war der hauptsächliche Grund war nicht äh dass die Leute einfach nur total behindert sind und überhaupt keine Ahnung davon hat wie man Spiele macht das eigentliche Problem ist dass die einfach mega Zeitdruck hatten und das Spiel gerusht haben ohne dass sie das eigentlich hätte tun müssen ich weiß nicht mehr was da anders war ich glaub irgendwie Geburtstag von Sonic oder so irgendwas war das vielleicht auch nochmal zum Weihnachtsgeschäft weiß ich nicht mehr so genau aber jedenfalls haben die sich da oh ich muss mal muss ich mal grad loswerden die Aussicht hier ist ja mal voll Hammer muss ich mal grad hier ein Bild machen ist jetzt blöd dass ich im im Flieger sitze aber egal das ist eine echt nice Aussicht von hier das ist doch echt toll können wir jetzt hier über Spiele philosophieren und dabei ein bisschen gleiten ist doch super manchmal hier noch ein bisschen langsamer so ja bei Sonic OS X war halt echt das Riesenproblem dass sie sich einfach viel zu viel äh Stress gemacht haben viel zu hektisch waren und sich einfach keine Zeit gelassen haben um das Spiel fertig zu machen das merkt man überall das Spiel ist einfach unfertig und ich bin mir sicher der Soundtrack beweist das wenn die sich da dran geklemmt hätten hätte es ein Sonic Adventure 3 werden können also nicht vom Inhalt her auch von dem ähm von 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 der Qualität her denn Sonic Adventure 2 und 1 ja heute vielleicht nicht mehr so geil was das Gameplay angeht aber zu ihrer Zeit auf jeden Fall äh absolute Perle absolut gutes Sonic Spiel so aber weg von Sonic zurück zu No Man's Sky ähm bei Halo Games weiß ich jetzt natürlich nicht ob das da eine Rolle gespielt hat ob die irgendwie Zeitdruck hatten äh aber auf jeden Fall ähnlich wie bei Destiny die hatten die es gab sehr hohe Erwartungen das ist einfach ein bisschen unglücklich wie die Marktstrategie war die hätten natürlich auch nicht alles versprechen sollen was sie am Ende eh nicht halten können aber sie haben sich sehr viel Druck aufgebaut und ja das sind natürlich sie schuld aber deswegen ist das auch so ein bisschen verkorkst deswegen ist ein bisschen was auf der Strecke geblieben und äh ja das haben aber die Entwickler verbockt No Man's Sky als Spiel kann gar nichts dafür und deswegen mache ich einen großen Unterschied zwischen Halo Games äh den Entwicklern des Spiels und dem Spiel selber denn das Spiel selber kann nichts dafür wie es entwickelt worden ist wenn man No Man's Sky wenn ihr jetzt überhaupt keine Grund wenn ihr überhaupt keine Hintergrundstory hättet es wäre nicht irgendwie mega aufgebaut weil es hätte keinen Hype gegeben und da stand dann auf einmal so ihr kommt so morgens in den GameStop rein in Köln oder so und da steht auf einmal No Man's Sky im Regal und ihr guckt euch das an und oh seht so oh Weltraumspiel und der findet das interessant und spielt jetzt vielleicht mal die Demo an und so und findet erstmal so erst Eindruck so oh ja echt geil und kauft euch das ich wette ihr hättet das total anders empfunden als jetzt wo es halt so mega aufgebauscht wurde und ihr eine riesen Enttäuschung hatte das ist eins der großen Probleme die man da betrachten muss es war eine riesen Enttäuschung und diese Enttäuschung wäre schlichtweg nicht da gewesen was macht der Wächter hier drin kannst du dich mal bitte verpissen hier ich mag das nicht wenn du hier rumschulst genau geht zur Tür raus ich keine laufenden Kameras ja es reicht dass hier mein Monitor mitläuft so ja es war eine riesen bittere Enttäuschung und hätten sie das nicht so mega aufgebauscht wäre das gar nicht erst so weit gekommen dann hätte hätte ich vielleicht sogar einen sehr positiven Eindruck hinterlassen einfach weil es so ein Überraschungshit war so wie so ein Indie Game nur als Vollpreistitel was auf jeden Fall negativ aufgefallen wäre aber ja sagen wir mal es wäre ein Indie Game gewesen was es für mich auch irgendwo ist ja klar es wurde von Sony gepusht aber trotzdem wäre es Sony nicht gewesen hätten die nicht gesagt okay das ist ein Exklusivtitel für PS4 und so und wir machen das mega big und das wird ein mega Bestseller dann hätte Hello Games vielleicht auch eine andere Marktstrategie gehabt hätte es nicht so rausposaunt was die alles tolles mit dem Spiel machen wollen und dann hätten sie vielleicht dann wäre es vielleicht gar nicht so eine Enttäuschung gewesen einfach weil man nicht weiß was da auf einen zukommt und einfach weil es genau andersrum gewesen wäre du guckst nicht auf die Features die fehlen die aber angekündigt worden sind sondern du siehst die Features von denen du nicht erwartet hättest dass sie in dem Spiel drin sind das ist jetzt natürlich so eine Sache weil wir wissen wie das Spiel ist und da fragt man sich natürlich was für Features also es gibt ja so gut wie keine Features aber hey wer weiß wie es gewesen wäre wenn es nicht so gewesen wäre okay es war wirklich seltsam eine Satzstellung so Punkt ich lese jetzt erstmal was der Typ hier will der Krieger wirkt erfreut mich zu sehen er bellt zweimal und holt dann zwei geschnitzte Objekte hinter seinem Terminal hervor sie sind alt und es fühlt sich seltsam an der hat alte Objekte an einem hochentwickelten Ort wie diesem zu sehen das erste ist eine abgewetzte und blutige Klinge das zweite ist ein ramponierter Schild so was sagt er denn hier Eindringling Weikin hoch Eindringling Eindringling okay ähm ja ich habe keine Ahnung was der von mir will ich nehme einfach die Klinge weil Krieger folgt das war richtig er bietet mir sein Multiwerkzeug an kann das Ding was 22 Plätze geil das ist richtig gut das schnappen wir uns jetzt kann ich nur hier wahrscheinlich nicht mehr auseinander bauen ne oh dann muss ich das als aber nehmen ne das ist jetzt natürlich blöd was ist denn hier alles drin Plasmawerfer ist drin Reichweitenerhöhung ist drin Analysevisier ist drin das ist gut das fehlt nämlich normalerweise immer Reichweitenerhöhung plus zwei haben wir auch drin äh Strahlintensivierer Strahlkühlmittel boah Kühlmittel 1,2 und 3 Intensivierer auch 1,2 Alter da muss ich ja fast gar nichts mehr machen das Ding ist so gut ausgerüstet da haben wir ja richtig geilen Fund gemacht hier richtig geiles Teil also jetzt muss ich fast schon sagen wäre es echt gut wenn es dann noch weiterlaufen würde das wenn die Patches jetzt richtig geil werden damit ich einfach dieses tolle neue Multiverkzeug hier ausnutzen kann so aber die Entscheidung liegt äh letztendlich bei euch also schreibt es einfach in die Kommentare oder benutzt den neuen Diskussions-Thread der jetzt neuerdings bei YouTube ist ich weiß nicht ob manche von euch den schon kennen äh einfach mal auf den Kanal gucken dann neben den Playlists und den einzelnen Videos und so weiter gibt es jetzt einen Thread namens Diskussion oder im englischen Community fragt mich nicht warum man das mit Diskussion übersetzt aber naja es erfüllt seinen Zweck und äh ja schreibt mir da doch einfach mal was ihr von der Sache haltet ich hatte überlegt ob ich es in einem Diskussions-Thread schreiben soll aber wie gesagt ich hätte sowieso ankündigen müssen dass es da überhaupt existiert und äh deswegen hab ich mich in es gehört ja auch es ist eigentlich eine Sache des Let's Plays mit Disaster Area hat es ja nur minimal was zu tun es geht ja wirklich um das Let's Play selber deswegen hab ich mich entschieden einfach äh das hier in die letzte Folge mit rein zu packen einfach damit wir auch so einen Abschluss haben so aber eure Meinung zählt ich weiß wir sind jetzt nicht so eine mega große Community momentan soll sich noch ändern das ist der Plan für die Zukunft und äh ja aber wenn jetzt natürlich äh mehrere von euch auf mich zukommen und sagen ah warum hast du das aufgehört das hat so einen Spaß gemacht und ich finde überhaupt nicht dass es irgendwie langweilig ist nur weil du immer das gleiche machst im Gegenteil die Planeten sind ja auch immer alle unterschiedlich wenn ihr mich umstimmen könnt also wenn ihr jetzt wirklich es einen mega Aufschreien unserer riesengroßen Community gibt dann würde ich natürlich sagen okay wenn es so viele Leute wollen dann mache ich Nomads kann natürlich auch weiter aber ansonsten warte ich das ab was die Zukunft bringt was die Patches bringen ob sich die DLC lohnt falls es falls es sie geben wird und wenn es so ist dann machen wir genau an der Stelle weiter und deswegen bin ich jetzt hier auch nicht nur um rumdümpeln sondern versuche tatsächlich irgendwas zu machen so äh das Bellner des Kriegers hat einen einladenden Tor ach ja ach ja ich wollte nur gerade noch gucken ob ich einen ähm kann ich leider nicht kein neues Wort hole ich mal von Silikat in der Hoffnung dass das Chrysonid ist das brauche ich nämlich es ist die Rhythium na ok ist auch nicht nutzlos wollen wir ja tatsächlich auch noch so wo habe ich jetzt schon wieder mein Schiff abgestellt habe ich überhaupt schon mal gespeichert ja doch habe ich Moment stand da da was stand da da was ach so nur das Ding das brauche ich nicht ja eure Meinung ist mega wichtig wenn ich von euch nichts höre dann bleibt das so stehen aber wenn es echt im Großteil auf mich zukommt und sich doch wünscht dass das Let's Play noch weiter geht dann werde ich das natürlich auch fortführen und ansonsten warten wir einfach ab was die Zukunft bringt das ist so der Plan so mal gucken ob wir da gerade ein paar Zellen machen können damit wir optimal ausgerüstet sind wenn die Patches da sind ach ja stimmt das Allergin könnte ich einfach nur eigentlich mal hierüber verfrachten äh hier reden wir da eigentlich viel mehr sind gemacht ne und wo nicht die brauche ich jetzt vielleicht noch und nämlich hier schon mal paar Wopzellen so Antimaterie Boom wird wir hier optimal ausgerüstet sind wenn das hier weiter geht so äh Thronendampf Antimaterie Irgendwas liegt mir noch auf der Zunge ich denke ich meine ich hätte irgendwas vergessen irgendwas was ich noch äh breit treten wollte irgendwas was ich raushauen wollte aber jetzt fällt es mir echt nicht ein keine Ahnung ich weiß auch nicht so das reicht jedenfalls erstmal noch ein paar Sachen aufladen Na gut wir haben schon mal irgendwas oh ja hier die Startschubdüse kann man nochmal auch noch aufladen so wir gucken wir nochmal ob wir hier zum Abschluss nochmal irgendwas geiles finden neues Schiff wäre nicht schlecht ja jedenfalls äh wie ich gesagt habe für mich ist ein riesenunterschied zwischen dem Entwickler dem Publisher und dem eigentlichen Spiel denn äh der Entwickler hat natürlich auch seine eigenen Entwicklungsteams bei Hello Games weiß ich glaube ich ehrlich gesagt nicht dass sie großartig mehrere Teams haben denn es ist dann noch so eine kleine Firma die kaum einer kennt die habe ich bisher eigentlich nur um den Sky gemacht von dem was ich weiß und deswegen glaube ich jetzt nicht dass sie mehr Entwicklungsteams haben aber normalerweise hat man eben mehrere Entwicklerteams und das ist dann auch wieder ein was weiß ich Rockstar oder so die haben dann Rockstar Nord und was weiß ich nicht alles und da ist dann auch wieder eine Frage ah guck mal der fehlt uns noch cool das hat mich zwar jetzt voll gehauen aber egal nein lass das oh äh ich glaube ich habe hier in dem Ding gar keinen Blitzwerfer Aua ey da macht ja Schaden scheiße kannst du mal bitte sterben danke stimmt ja muss ich jetzt mal ach das Ding kein Blitzwerfer habe ich jetzt vorher nicht gesehen tatsächlich kein Blitzwerfer okay wo es gerade ein bisschen Eisen ist kein Problem ja über den Entwickler ich will es nicht irgendwie ablästern oder so deswegen sage ich einfach darüber kann man sich streiten ähm was wir da gemacht haben es war auf jeden Fall nicht richtig es haben auf jeden Fall irgendwo scheiße gebaut wo genau will ich jetzt nicht so breit treten aber irgendwas so viel kann ich sagen haben sie bei der Veröffentlichung doch falsch gemacht wer weiß vielleicht lernen sie aus ihren Fehlern und äh sie scheinen damit ja auch also sie haben sich direkt dran gehangen und versucht die ganzen Probleme und Fehler zu beheben haben sich 10.000 mal entschuldigt von dem was ich gehört habe und äh deswegen also äh haters gonna hate aber irgendwann ist auch mal gut ne es ist halt so es ist halt gefloppt man hat halt einen Fehler gemacht aber wenn die wenn die dazu stehen und in der Zukunft mit den Patches das Spiel nochmal aufwerten dann also dann muss man auch die zweite Chance geben ne so und das ist die eine Seite der Entwickler äh wie sehr jetzt Sony als Publisher da eingegriffen hat wie sehr die da jetzt einen Effekt drauf hatten auf das ähm auf das Marketing auf die Strategie oder halt das fertige Produkt äh darüber will ich mich nicht auslassen denn ich ich weiß das einfach nicht aber ich weiß schon dass äh Publisher ähm schon oft ziemlich ziemlichen Einfluss auf die Entwicklung hat weil die die weil die natürlich auch das Budget stellen die sind ja letztendlich die 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 Entwickler bezahlen äh wegen dem Zeitrahmen denen die stellen und auch wegen den Ressourcen deswegen aber bei Sony weiß ich halt nicht wie die mit ihren äh Kunden ach Quatsch Kunde wie die mit ihren äh Dev Teams da umgehen und äh ja deswegen will ich da jetzt nicht sagen von wegen die hätten alles falsch gemacht und Hello Games kann gar nichts dafür weil das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht also hätte Hello Games jetzt da ein mega Spiel abgeliefert oder so ähm wobei ich schon irgendwie das Gefühl habe weil die hatten so viel vor das war vielleicht auch so ein bisschen Brainstorming sind halt auch einfach noch unerfahren und äh ja für mich wirkt das schon so als hätten sie sich einfach viel zu viel vorgenommen schlichtweg in der Zeit nicht geschafft äh das zeigt auch dass die ganzen Bugs und so weiter die haben das einfach gerusht sie wollten das Spiel fertig kriegen und deswegen sind die meisten Features auf der Strecke geblieben und ähm das Spiel war nicht mal richtig fertig da sind sau viele Fehler drin und so weiter es kommt alles es rührt alles daher aber natürlich ich will jetzt hier auch nicht irgendwie der Samariter sein also der äh die aus bis aufs Blut verteidigen denn ein bisschen sauer bin ich ja auch äh nur ich ich will halt ähm dass ihr versteht dass ihr meine Sicht der Dinge versteht oder ähm euch ein bisschen erklären wie das so hinter den Kulissen abgeht denn Halo Games natürlich die wollen auch ein geiles Spiel abliefern und die merken auch oh wenn es nicht so geil ist warum wenn die die wissen das und die werden das nicht in dem Zustand veröffentlicht wenn die nicht einen Triftengrund haben und ich glaube sie wollten einfach dass es fertig wird und jetzt bereuen sie es aufs 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 Übelste und das ist natürlich ein Fehler das ist denen nicht äh nicht gut zu halten und die müssen sich das eingestehen dass sie da einfach Scheiße gebaut haben aber deswegen da jetzt die da nie da haten und sagen das ist der schlimmste Verein überhaupt und die sollen doch bitte Insolvenz anmelden weil die nichts können das ist dann schon hart ne ich meine was was würdet ihr tun wenn ihr da sitzt und ihr bastelt stellt euch vor ihr fangt gerade mit dem Entwicklerstudio an habt da ein paar richtig fähige Jungs am Start die richtig IT begabt sind und dann müsst ihr euch von der Community so einen Scheiß anhören weil ihr da gut ihr habt den Bock mit gebaut aber wenn ihr dann auch noch negativ nur negativ von der Community kriegt da habt ihr dann auch keinen Bock mehr drauf ne also ich weiß nicht also der Visionär der sich Nominska ausgedacht hat ich will nicht wissen also der muss also der hat bestimmt gerade keine geile Zeit und deswegen wünsche ich wünsche ich mir auch echt für die Entwickler dass sie es hinkriegen dass sie echt mit den Patches das erreichen die die Vision die sie von dem Spiel hatten der den Schaden den sie jetzt angerichtet haben der ist jetzt nur mal vorhanden und den kann man auch nicht mehr glatt bügeln da kann ich auch so viel die gut reden was ich übrigens was eigentlich auch gar nicht meine Intention ist aber äh ja ich sag ich sag einfach was ich denke ich schau einfach raus was mir jetzt gerade so einfällt ich bin jetzt auch so nebenbei so am mitdenken vielleicht merkt man das und äh ja es sind einfach so Dinge die mir aufgefallen sind äh ja der 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 Schaden ist da sie können versuchen es zu flicken aber es wird nie mehr ganz sein wenn du es in die Tasse einmal runtergeschmissen hast kannst du hier zusammenkleben aber die Risse sind trotzdem da das Ding ist trotzdem kaputt aber wenn sie es kippen kann es trotzdem immer noch funktionsdichtig sein es sieht vielleicht nicht mal so geil aus aber es kann funktionieren und ich hoffe dass sie zu diesem zu diesem Punkt kommen werden und wenn sie das schaffen wenn No Man's Sky die Patches kriegt und Hello Games es wenigstens annähernd so hinkriegt wie sie es versprochen haben wie sie es haben wollten dann werden wir zu No Man's Sky zurückkehren und uns noch einmal da dran wagen und versuchen ins Zentrum der Galaxie zu kommen so das ist ein wirklich toller Schlusspunkt und äh damit will ich euch dann jetzt allein lassen ich hoffe euch hat das Let's Play gefallen und ich hoffe ihr könnt nachvollziehen ähm warum ich das jetzt gemacht hab wie gesagt ich mag das selber nicht so weil ich will es nicht so in der Luft hängen lassen und deswegen hoffe ich auch dass No Man's Sky äh dass Hello Games das jetzt auf die Reihe kriegt sich äh auf die Hinterbeine stellt nicht aufgibt da eisern bleibt und einfach uns nochmal mit den Patches am Ende des Tages doch noch ein ein geiles Spiel abliefert also ich weiß das ist Wunschdenken das ist äh der Hoffnungsschimmer aber die Hoffnung stirbt zuletzt so ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall es liegt natürlich auch daran weil ich mein Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen haben will ja komm so und ansonsten würde ich sagen bleiben wir hier auf dem Planeten erstmal wir verweilen hier den Spielschein werde ich wahrscheinlich bis in alle Zeit behalten und äh ja wenn jetzt nicht irgendwie zehn Jahre vergehen ohne dass man ein Wort hört ähm die Patches kommen und die ja was können dann sehen wir uns auf jeden Fall hier im Channel wieder mit der zweiten Staffel No Man's Sky wo ich dann euch alles zeige was sich geändert hat was sich verbessert hat was äh hinzugefügt worden ist und natürlich auch wie sich das Ganze dann spielt und ihr könnt dann selber abschätzen lohnt es sich zum Spiel zurückzukehren oder auch nicht im schlimmsten Fall hören wir gar nichts mehr von den Patches oder es kommt es kommt schlichtweg nicht oder sie bringen nur so Kinkerlitzchen oder zu saftigen Preisen oder so und es ist einfach nicht geil und man fragt sich am Ende so was hat mir das jetzt gebracht gar nichts das Spiel ist immer noch langweilig ähm ja das ist der Worst Case Szenario und dann würde ich mich auch echt nicht mehr hinsetzen und sagen okay wir spielen jetzt No Man's Sky weiter ich weiß auch nicht wozu aber wir machen es einfach weil ich das fertig kriegen will ne dann würde ich wirklich sagen wir lassen es ruhen es gibt genug andere geile Spiele da draußen die wir behandeln können und äh dann machen wir lieber die so was jetzt als Ersatz zu No Man's Sky kommt was ist jetzt wirklich so eine Bauchentscheidung die ich jetzt bei der letzten Session getroffen hab äh was jetzt dafür kommen wird weiß ich noch nicht äh da muss ich mich jetzt echt hinsetzen und gucken aber es gibt ja auch immer noch Dark Souls 3 läuft noch Fallout 4 läuft noch ich denke es ist auch immer noch äh interessant äh Fallout 4 in der Nuka World Dark Souls 3 gerade im New Game Plus unterwegs wo jetzt auch wieder eine richtig interessante Stelle kommen das kann ich jetzt schon mal sagen ja klar ich meine ihr seht die Folge jetzt erst in äh was weiß ich einer Woche oder so aber ähm momentan stand der Dinge Dark Souls 3 da sind noch ein paar richtig geile Überraschungen das das kann ich euch schon mal sagen falls sie nicht schon angetroffen sind so ansonsten No Man's Sky ihr kennt mein Fazit ich denke es ist alles gesagt was ich über das Spiel denke äh wie die Zukunft von einem Let's Play aussieht falls es noch eine Zukunft gibt muss ich dort leider dazu sagen und äh ja schreibt mir doch in die Kommentare was ihr von dem Thema haltet oder halt im Diskussions-Thread ob ihr das Let's Play weiterführen sollt was ihr über die Patches denkt äh lasst es mich einfach wissen was ihr über meine Entscheidung denkt und ähm schreibt wie wir das Ganze handeln sollen und ansonsten verabschiede ich mich und wir sehen uns äh in anderen Videos und anderen Let's Plays hier in der Disaster Area wieder so macht's gut ich hoffe euch hat das gefallen bis hierhin und äh wir sehen was die Zukunft bringt Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal